Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ports Multiplayer Gameplay. Wir sind hier in einem 4 gegen 4 unterwegs und wir haben Motec und wir haben Steffen am Start und wir haben natürlich wie immer einige Zuschauer auch am Start. Wir bewegen uns hier auf Standard 4 gegen 4, aber wie ihr ja uns kennt, ist das Game natürlich wieder alles andere als Standard. In dem Sinne, wenn euch die Runde gefallen ist, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, so dass ihr das noch nicht getan habt. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns mit einer Menge helfen. Außerdem lasst gerne ein Follow Twitch da, um nichts mehr von diesem Schwachsinn zu verpassen. Link in der Beschreibung und ich würde sagen, let's go! Ich habe gerade Werbung für den Stream gemacht. Wieso? Ey Pipo, grüß dich! Warum hast du Werbung für den Stream gemacht? Ich wurde gut. Da hat jemand gesagt, ihm ist langweilig, dann habe ich ihm aber den Link geschickt. Wem? Das geht dich nicht an. Ach Junge! Das geht dich nicht an. Pipo, würdet ihr einen blutigen Anfänger, ein paar Minuten überleben lassen. Pipo, würdest du uns bitte überleben lassen? Die Sache ist, ich bin jetzt bei dir in dem Team. Das heißt, wir haben eine Person, die eigentlich auch spielt wie ein Blutiger. Junge. Junge. Und Minus 1. Ich möchte nicht drüber reden. Ja, scheiße. Jetzt bin ich voll geliefert. Ich möchte wirklich nicht drüber reden. Ich habe versucht. Aber immerhin 33 Sekunden statt. Ich würde das wirklich nicht versuchen nennen. Hey Luca, wo ist dein Corswing? Halt auf die Klappe, Junge. Ich habe es doch versucht. Wo ist dein Corswing? Ich habe es doch versucht, Junge. Wo denn? Soll ich es jetzt nochmal versuchen? Das ist dann der späte Corswing. Ich habe es wirklich versucht. Corswing ist halt echt so eine Sache. Sag ich immer. Manche sagen so. Hey, bist du nicht in meinem Team? Wäre ich? Wie ohne mein Team. Warum bauen die alle so? Minus 15 Ränge für Steffen. Junge, als Zauberküche, du bist nicht Rang 4000. 200. Das glaube ich nicht. Junge, Luca. Wie kannst du einfach die Leute betraint und keinen Corswing machen? Ich habe die nicht. Du hast doch einen gemacht. Reicht doch. Das haben die ja nicht gesehen. Steffen, Rang 3. Ich spiele den Corswing schlechter als Zauberküche. Rang 4200. Und so sieht es nämlich aus. Ja, aber der ist nicht mit dem Rang 4200. Tja, das war ne? Unglücklich. Aber da sind noch zwei Mitten. Ich kann es dir gönnen. Wie soll ich da rankommen? Ich bin ein Bauer. Junge, du bist einfach smart, ey. Nein. Nein, Luca soll sich von unten ran bauen. Was noch? Wenn ist Luca der Nächste, der hier rausgeht. Ja, Zauberküche. Da müssen wir aber mal dann demnächst mal was gegen tun. Ah, Junge, was ist da los? Das kriegen wir in den Griff. Und da kümmern wir uns beim nächsten Mal rum. Da muss aber regelmäßige Top 200 drin sein. Brauchen wir eigentlich zum professionellen Fortspielen nur die Maus? Ja. Nicht mal die Maus. Du kannst die Maustasten ja auch auf was anderes programmieren. Ich kann das aber auch mit Surface mit Touch spielen. Auf ne Wii-Fernbedienung, ne normale Fernbedienung. Oder... Einfach mit Touch. Lenkrad. Ja, mit Lenkrad spiel ich nur zuerst. Ja, das stimmt aber. Offensichtlich. Ja, also ohne Lenkrad macht's auch wenig Spaß. Ja, ey. Lass dir das nicht vorschreiben. Whatever. Rest. Ey, Luca, du kriegst gleich so auf die Nase. Ach, das ist ja... Was sind denn hier Erkenntnisse, Jogi? Ey, wie spielen wir überhaupt? Sind denn welche guten Leute dabei? Ja. Wer denn? Leider schon tot. Ne, du warst doch bei uns im Team. Ja. Weil da haben wir ja nicht gegen dich gespielt. Achso, hast du... Okay. Dann hab ich das falsch verstanden. Sind im Gegnerteam irgendwelche guten Leute? Keinen, den ich jetzt kenne. Also von der Bauweise her sind die gut, ja. Zwei mindestens. Aber keiner von den üblichen Verdächtigen, die... Ne, ne, die mittleren beiden sind gut. Der zweite von oben sieht sogar... Richtig gut aus. Also... Die Verstrebungskunst da hinten, die ist einfach einmalig. Luka, da hat keiner Anti, er schickt dir auf den zweiten von oben. Da ist der zweite von unten. Scheiße, Junge. Abitur Brandenburg oder so, Junge. Nichtmals. Na ja. Na und jetzt fall runter auf den... Aber das ist auch gereicht. Der hat halt Seile. Der ist der einzige, der Seile hat. Aber der Kern ist offen. Da muss nichts... Und ne Kanone hinter einer Holztür. Oh, jetzt schießt der andere aber... Jetzt wurde auch schon... angegangen. So hat immer noch keine Anti außer der untere. Zu tief, aber hat gereicht. Und dass das immer noch nicht reicht... Ja, jetzt aber. Ja, ja, ja. Aber der hat sich festgemacht, ey. Ja. Der reicht den anderen nicht mit. Der drüber hat jetzt Anti-Air gebaut. Und... Und... Ja... Also Monty braucht ein bisschen mehr Verstrebung. Sonst ist der halt... RIP Kowski. Ja, wer ist RIP? Du bist auch der zweite von oben, oder? Ja. Ja, ja. Du hast unten ein bisschen wenig Holz. Die haben Kanonen. Das schallert schon. Echte Männer spielen auf den Touchbacks vor. Och Junge, hallo. Echte Männer bauen Anti-Anti-Air, Junge. Aber ich hab dir doch gesagt, dass der Anti-Air hat. Warum baust du da... Warum schießt du mit den Gönnern da nicht hin? Können wir da nicht hochschießen. Kann ich, ich kann nicht. Oh, jetzt fällt Motec. Bitte nicht... Bitte nicht auf mich drauf. Das ist so einfach nur ne Bitte. Nein, das wird's weiter weg. Das würdet ihr auch nicht antun. Das weiß ich nicht. Motec hat da immer so komische Radien, Junge. Nein, das wird ja nicht. Der Motec wird's ja nicht, oder? Immer nur R5. Luca, jetzt nutze mal deinen Sniper und hol die Anti-Air da weg. Geht nicht. Was für geht nicht? Es geht wirklich nicht. Ich komm da nicht ran. Geht nicht, wohnt in der Willnichstraße. Kann ich mir nicht richtig klicken? Ich hab einfach... Geht nicht, wohnt in der Willnichstraße, Junge. Wie kann man mich so tilten? Ich weiß nicht, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Ich klicke immer daneben irgendwie. Ich hab richtig kalte Finger schon wieder. Luca wird auch gleich ganz kalt. Ja. Oh, die nerven den Gunner. Noch mal den Gunner, noch mal den Gunner. Ja. Schade. Und weil die... Und weil die einfach komplett dumm sind, Alter, hätte sie gerne... Die sind wirklich R5, ja. Aber du kannst auch auf den unteren Eimern gehen mit der Nuke, der hat ja auch eine Kanone. Kanone und Windräder. Hältst du einfach in die Windräder rein, ist halt auch gegeben. Okay. Wir sind doch streng genommen einer mehr, oder nicht? Warum... Ne, ihr seid drängend rein. Aber wenn du Luca jetzt abziehst, dann wird der einer mehr, ja. Ich hätte dich eigentlich gar nicht eingerittмет. Na ja, du. Der zweite der für den Oberen, der fangt.... Ich aber auch. Boah, hell, unangenehm. Da muss ich mal eben ein bisschen Holz bauen. Wenn einer... Boah, wo schießt denn alle hin? Motec, nimm mal deine Kan... Nein, auf den untersten die obere Kanone. Den unteren, die oberste Kanone. Ich seh's, ich seh's. Okay. Ach, da kann man das nochmal gar nicht hin, ey. Och, Junge, ich bin so scheiße, Alter. Hier wird's auch richtig Ruhe im Chat, Junge. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich spiel vor uns kommen, ne? Das merkt man gar nicht, irgendwie. Da spielst du ihn jetzt immer. Luca, ganna, 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 ganna. Mit deinem Ganna, mit deinem Ganna schießen, schießen. Wohin denn? Ja, nee, ist nevermind. Der Mate hat immer doch gerade das Leben gerettet. Nein. Boah, können die mal aufhören? Aber David, du hättest gerade nur ein Stück höher schießen müssen, als der letzte. Ja, ich weiß, dass ich das hätte machen müssen, aber es ist immer was anderes zwischen tun und sollen. Dann, du hättest gerade nur ein Stück höher schießen müssen, Alter. Ja, du hättest immer wieder. Ja, du hättest immer wieder. Ja, du hättest immer wieder zu hoch geschossen. Ja, du hättest auf den untersten schießen müssen, ja. Du hättest die ganze Zeit zu hoch geschossen. Der unterste ist immer noch so einfach zu killen. Du sagst immer einfach, Junge. Ganz ehrlich. Der hat nichts vor den Kanonen. Nichts. Den kann man fast mit dem Sniper killen, so wenig hat der. Ja, ich hab halt auch nichts. Der hat mit dem Kanonen, der hat die Kanonen offen von dem. Ja, ach nee. Ich stehe dir einfach offen. Wenn du jetzt nicht so... Du hast einen Sniper! Junge! Wenn ich jetzt mal Energie hast, ey. Wenn ich jetzt mal Energie hast, ey. In welchem Stock war das nochmal? In dem Oberst. Oh mein Gott, er trifft die Decke. Jetzt ist da ne Tür. Ne, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Du hast n... Ne. Das gibt's doch nicht, Junge. Das ist doch Scam, sowas. Das ist doch Scam, sowas. Du musst dich mit einigen Seilen hinten festnehmen. Aber du kannst die Nuke schießen. Oben einen Gunner rausnehmen. Einer ist offen. Der unterste ist offen. Oh mein Gott, war das knapp. Ne. Die war nix. Na gar nix. Boah, ich merk grad, dass ich Windräder gebrauchen könnte, ey. Kann man einer den aktivieren? Den Spion? Ja. Es ist doch einfach wirklich lächerlich. Ich hab den doch aktiviert. Nein, die Gegner sind lächerlich. Oh, ich kann... Nein, da kann das Windrad nicht hin, ey. Der bohrt noch nach hinten. Junge... Das sind doch immer schöner, die Belsen. Meine Hitze auch. Jetzt hab ich da so ein leichtes W drin. Ich freu dich. Ich freu dich. Ich freu dich. Ich freu dich die Dings noch mal. Die aktive, Junge. Ja, der ist dich einfach schon am Betrinken bei diesem Gameplay. Der hat die Türen offen. Der hat die Türen offen. Ja, wir können es doch einfach nicht ändern, dass er die Türen offen hat. Doch. Doch. Luca kann das ändern. Der hat einen AP-Sniper. Nein, 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 nein. Der fliegt den AP-Sniper, Junge. Ich koste den Streit. Das ist so geil. So, der... Der ist jetzt gone. War der das mit der Luftabwehr? Oder war das... Ja. Aber der ganz oben... Der hat am meisten genervt. Das war der Schlimmste. Das war der von oben. Der oberste hat drei Kanonen, sonst nichts. Also hat keiner mehr Luftabwehr. Ja. Keiner hat Luftabwehr. Also abgesehen von allen. Mhm. Der hat noch eine Tür. AP-Sniper hast du nicht mehr. Schade. Doch, hast du! Untere Tür. Ja, der ist noch nicht fertig. Ah, okay. Der ist noch nicht bereit für so große Aufgaben, der AP-Sniper. Das sind aber wirklich sehr große Aufgaben. Ich hasse! Ich hasse! Nee! Junge! Ich kann 50.000 haben, die treffen gar nichts. Und ich kann 50.000 haben! Ganz spart da, Junge! Das ist doch einfach nur ein Spiel. Alle im Chef, die mein Video gesehen haben. Das, was gerade passiert ist, war einfach nur lächerlich. Das war einfach lächerlich hochzählen. Das Spiel ist so unfair, keine Ahnung, erstellt worden, programmiert worden. Whatever. Das ist einfach unfassbar. So. Das ist einfach lächerlich. Prost, ey! Der Float ist real. Es geht ja nicht um Floaten, Junge. Wir sind ja nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Flo ist im Meer. Der hat sich jetzt aber auch sehr dick verstrebt, der Oberste. Die Kanone ist offen. Ja, da kommen wir nicht ran, glaube ich. Doch, komm mal. Ich hab einen anderen Sniper. Ja, Treffer. Ein Stück tiefer vielleicht. Ja, noch einen. Plopp. Zauberküche, so sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Du kannst 100 Gun haben, die machen nichts. Aber wenn die Gegner einen haben, dann kommst du mit nichts durch. Ja, wirklich. Da war auch sehr viel der Mottek da geschossen, ne? Da würde ich ja alles drauf wetten. Ja, da lachst du aber wirklich, Mott. Ey, wenn du mit den dusseligen Raketen hättest du ihn? Ja, ach so, na klar. Die dusseligen Raketen. Lass das doch halt, aber. Die brauchen halt einmal ewig, bis die da sind. So viel Zeit lang. Die brauchen sich überhaupt mal auf den Gegner, ne? Ja, eben. Wenn du immer so lange brauchst. Kann ich einfach sein lassen, so. Ein bisschen mehr Frieden auf der Welt auch. Mottek, ich hasse dich. Du bist der schlimmste Mensch aller Zeiten. Ey, das ging doch durch, oder nicht? Ja. Alter, der schlimmste Mensch aller Zeiten. Das ist eine ganz schön krasse Aussage. Finde ich gar nicht gemessen, warum das passiert ist. Ich mach's halt mit voller Absicht, ne? Du kannst mit dem... Das haben andere auch gemacht. Du kannst mit dem LP-Sniper... Theoretisch. So, ich mach mir jetzt nur Joghurt auf. Ich hab nämlich Joghurt im Ruckwerk. Das war's auch schon wieder mit dieser Runde, vor allem Multiplayer-Gameplay. Wenn's euch gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und ich würd sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.